Eine Wand und acht Körper, die sich an ihr abarbeiten. Foreshadows heißt diese Choreografie des belgischen Tänzers Alexander van Thurnhout. Auf virtuose Weise und mit akrobatischen Mitteln versuchen die Tänzer die Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Wir machen das mit einer sehr spezifischen Bewegungssprache, mit viel Partnerarbeit, viel gegenseitigem Heben. Die Konstellation ändert sich ständig. Frauen tragen Männer, Männer tragen Frauen. Es spielt keine Rolle mehr. Und es ist ein konstantes Vorne, Hinten, Oben, Unten. Der Zuschauer verliert ein bisschen sein Wahrnehmungsvermögen. Foreshadows ist nur eine von zehn Arbeiten, die bei der Tanzwerkstatt Europa zur Aufführung kommen. Elf Tage lang treffen sich hier Tanzprofis und Amateure aus aller Welt, um neue Ideen und Ästhetiken auszuprobieren. Wie zum Beispiel bei einer Publikumseinführung ohne Sprache, die nur über den Körper funktioniert. Bei der Tanzwerkstatt können Sie den ganzen Tag trainieren. Es geht vom Yoga über Feldenkreis, was eher für die Gesundheit gut ist. Es gibt Möglichkeiten, sogar in einer Golden-Agers-Klasse mitzutanzen. Aber es trainieren ja auch Profis aus der ganzen Welt. Zeitgenössischer Tanz ist sozusagen die Forschungsarbeit der Bühnenkunst. Eine Werkstatt, die wichtige künstlerische Impulse setzt und den menschlichen Körper feiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017